Hallo, willkommen zum Research Chemical ABC. Heute die 2C-Derivate. Fangen wir an. 2CX-Substanzen generell und drei Varianten als Beispiele. 2CB, 2CE und 2CI. 2C, also 2CX, ist der Stoffgruppename der psychedelischen Phenethylamine, die an der zweiten und fünften Position der Phenethylamin-Stammstruktur eine Methoxy-Gruppe besitzen. Meist tragen diese Substanzen an der vierten Position, parasubstituiert, einen lipophilen Substituenten, der die Potenz und den Abbau der Substanz beeinflusst. Viele dieser 2C-Substanzen wurden erstmals in den 1970er und 80er Jahren von Alexander Schulgin synthetisiert und in seinem Buch Pical Phenethylamines I have known and loved beschrieben. Schulgin ist auch der Namensgeber dieser Stoffgruppe, welches die zwei Kohlenstoffatome C-Carben, deswegen 2C, zwischen dem Benzolring und der Aminogruppe benennt. Welche 2CX-Substanzen gibt es? Eine Aufzählung 2CB, 2CC, 2CD, 2CE, 2CF, 2CG, 2CG3, 2CG4, 2CGN, 2CH, 2CI, 2CN, 2CO, 2CO4, 2CP, 2CSE, 2CT, 2CT2, 2CT4, 2CT7, 2CT8, 2CT9, 2CT13, 2CT15, 2CT17, 2CT21, 2CTFM, 2CV, 2CCN, 2CCA, 2CBi1, 2CIP, 2CHM, 2CNH. Hinweis, es gibt noch weitere 2CX-Derivate, dies sind lediglich einige Beispiele. Sie wirken alle ähnlich, unterscheiden sich jedoch in ihrer Dosierung und Wirkdauer. Alle hier aufgeführten 2CX-Derivate, bis auf 2CB-Fly, unterliegen in Deutschland mittlerweile dem Betäubungsmittelgesetz, dem BTMG. Da es sich bei 2CB-Fly um ein Phinexylamin handelt, fällt es unter das neue Psychoaktive Stoffe-Gesetz, NPSG, das am 26.11.2016 in Deutschland in Kraft getreten ist, somit ist es eine verbotene Substanz. Ich werde nun im Folgenden auf drei Beispiele zu den 2CX-Substanzen eingehen, und zwar auf 2CB, 2CE und 2CI, da diese mit am weitesten verbreitet sind. Kommen wir zu 2CB. Es ist auch unter folgenden Namen bekannt. Bromo, Erox, Nexus, Venus und Ubulavo, Nomatololo. Hab ich noch nie gehört, aber naja, sagt Wikipedia. 2CB ist die häufigste Beimischung zu anderen Drogen aus der Gruppe der neuen psychoaktiven Substanzen in der EU. 1974 synthetisierte Alexander Schulgin 2CB erstmals, ein Jahr später erschien die zugehörige Publikation. Es sind zahlreiche Synthesewege bekannt, ein möglicher ist in Pical beschrieben. Als Grundstoff dient 2,5-Dimethoxybenzaldehyd, das mit Nitromethan zum entsprechenden Nitrostirol reagiert, welches dann mittels LRH zu 2,5-Dimethoxyphenethylamin, 2CH, reduziert wird. Dieses wird anschließend mit elementarem Brom zu 2CB bromiert. 2CB ist ein psychoaktives Analogon von Mescalin. Es bindet sich an Serotoninrezeptoren und verändert somit den Ablauf von Erregungsweiterleitungen im Hirn. Serotonin ist ein Neurotransmitter, der maßgeblich für das Stimmungsbild des Menschen verantwortlich ist. 2CB wirkt unter anderem als Partialagonist der Serotoninrezeptoren 5HT, 2AC bis 2C. Seit März 2001 ist 2CB durch den Suchtstoffkontrollrat der UNO im Schedule I der Konvention über psychotrope Substanzen aufgeführt und damit theoretisch weltweit illegal. Wie bereits erwähnt unterliegt die Substanz in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz. Sie ist ein nicht verkehrsfähiges Betäubungsmittel der Anlage 1. In den USA wurde 2CB am 6. Januar 1994 durch die DEA, die Drug Enforcement Agency, über ein Eilverfahren im Schedule I des Controlled Substance Act aufgenommen. Dieser Klasse entsprechen Stoffe mit hohem Missbrauchspotenzial und ohne nachgewiesenen medizinischen Nutzen. Seitdem ist es in den USA illegal 2CB zu besitzen oder zu verkaufen. Dosierung bei Oral im Konsum. Eine Wirkung ist ab 4mg festzustellen. Eine leichte Dosis liegt bei 5-10mg. Die übliche Dosis, bei der Halluzinogen Effekten in den Vordergrund treten, liegt bei 12-24mg. Eine sehr starke Dosis bei 25-50mg. Dosierung bei Nasal im Konsum. 2CB wirkt gesneef wesentlich stärker und sollte deshalb deutlich niedriger dosiert werden. Die übliche Dosis liegt zwischen 2 und 15mg. Die Wirkung ist stark dosisabhängig. 2mg können schon einen großen Wirkunterschied machen. Wirkungseintritt. Die Wirkung setzt nach 5-10min gesneeft bzw. die 30-60min geschluckt ein. Wirkdauer insgesamt 4-8 Stunden. Die maximale Wirkung ist nach 1-1,5 Stunden erreicht und dauert ca. 2-4 Stunden an. Das Runterkommen dauert in etwa 1-2 Stunden. Nachwirkungen können 2-4 Stunden anhalten. Anmerkung von mir. Ja, aber wenn man wirklich viel zu viel erwischt, dann kann das auch mal 18 Stunden dauern. Trust me. Weiter im Text. Das Wirkspektrum von 2CB ist sehr breit gefächert und wird von UserInnen zwischen dem vom LSD und MDMA verortet. Auch erfahrene UserInnen berichten von sehr unterschiedlichen Erlebnissen bei gleichen Konsumvoraussetzungen. Dosis, Applikationsformen, Set, psychische und körperliche Verfassung des Users, der Userin und Setting, also Umfeld. 2CB wirkt sehr stark halluzinogen. Alle Sinne werden sensibilisiert. Starke Wahrnehmungsveränderungen, auch bei geschlossenen Augen, wie farbige Muster, Augen und fließende Bewegungen können auftreten. Intensiviertes Körpergefühl, Bodytrip. Auch ein sehr intensiviertes Körpergefühl, Bodytripping ist vorhanden. Diese Wirkung wird von einigen UserInnen als sehr beängstigend empfunden. Zudem kann 2CB sexuell stimulierend, aphrodisierend, harmonisierend, empathogen sich in andere hineinfühlen können, leicht anregend sowie euphorisierend wirken. UserInnen berichten außerdem von Kicherattacken und herzlichem Lachen. Bei niedrigen und mittleren Dosierungen kann es passieren, dass man zum Teil plötzlich und unerwartet zwischen Rausch und gefühlter Nüchternheit hin und her wandert. Nebenwirkungen Bei hoher Dosierung sind Horrortrips wahrscheinlicher als bei niedriger Dosierung, da der Kontroll- und Realitätsverlust als bedrohlich empfunden werden kann. Orientierungslosigkeit, Verwirrung und Angstgefühle. Auch nach dem Abklingen der Wirkung sind noch leichte Nebenwirkungen zu verspüren. Es können latente, verborgen vorhandene Psychosen ausgelöst werden, was zu bleibenden Beeinträchtigungen des psychischen Wohlbefindens führen kann. Toleranzausbildung. Die gleiche Wirkung tritt erst nach einigen Wochen Konsumpause wieder ein, bei gleicher Dosierung. Zu weiteren Nebenwirkungen sind mir keine wissenschaftlichen Forschungen bekannt. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Kommen wir nun zu 2CE. 2CE, 2,5-Dymetoxy-4-Etylphenethylamin, ist ein psychedelisches Phenethylamin aus der 2C-Gruppe. Es ist damit nahe verwandt mit 2C-B, Mescalin und 2CC. Es unterscheidet sich chemisch von letzteren nur durch einen anderen Substituenten an der vierten Position des aromatischen Benzolringes. 2C-B hat an dieser Stelle zum Beispiel ein Bromatom, 2CC ein Chloratom und 2CE eine Ethylgruppe. Hängt man bei einem Phenethylamin noch an der Ethylamin-Seitengruppe an, kommt man zu der Gruppe der Amphetamine. Grundsätzlich scheint die Regel zu gelten, dass wenn ein Phenethylamin psychoaktiv ist, auch sein Amphetamin-Gegenstück wirksam ist. Es wurde von Alexander Schulgin erstmal synthetisiert und in seinem Buch Pical ebenfalls beschrieben. Es kursierte eine Weile als Legal High bzw. Research Chemical und wurde deshalb in den 2010er Jahren in vielen Staaten illegal, darunter 2014 in Deutschland. Mit der Verabschiedung der 28. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften am 5. Dezember 2014 wurde 2CE dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt. Handel und Abgabe sind seitdem verboten. In den USA hatte es die Szenenamen EU-Europa und Tutsi, Verballhornung der englischen Aussprache von 2CE. Ein weiterer Szenename soll Aquarust sein. Es wird vermutet, dass sich 2CE, wie die meisten Halluzinogene, an die 5-HT2A-Rezeptoren anbindet und so die psychedelischen Effekte erzeugt. 2CE wirkt unter anderem als Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. 2CE ist eine Forschungschemikalie, die keine therapeutische Anwendung findet, da derzeit nicht genügend Übernebenwirkungen, langfristige Schäden, Suchtpotenzial usw. bekannt ist. 2CE wird per Oral oder Nasal eingenommen. Schulgen gibt die Oral wirksame Dosis im Bereich von 10-25mg an. Die wirkt Dauer mit 8-12 Stunden. Der nasale Konsum wird allerdings als sehr schmerzhaft und unangenehm beschrieben. Die Wirkung setzt sehr rasch nach der nasalen Einnahme ein, 1-10 Minuten. Die Orale setzt hingegen verzögert ein, 20-90 Minuten. Schulgen gibt in seinem Buch Pical folgende allgemeine Bemerkungen zum Halluzinogen 2CE an. Der Dosisbereich ist zweckmäßig breit. Mit 10mg hat es einige ziemlich reiche Erfahrungen gegeben. Und ich habe den Bericht von einer jungen Dame von einem 30mg versucht gehabt, der sehr erschreckend war. Einige Leute haben über 2CE gesagt, ich glaube nicht, dass ich es mag, weil es nicht so spaßig ist, aber ich beabsichtige es wieder zu untersuchen. Es gibt etwas hier, das den Experimentator belohnen wird. Eines Tages wird der volle Charakter von 2CE verstanden werden, aber im Moment lässt man es als schwieriges und lohnendes Material ruhen. Es gab bereits einen Todesfall durch 2CE-Überdosierung. Die Dosisangaben sollten also beachtet werden. Insgesamt ist 2CE ein eher nebenwirkungsreicheres 2CX-Derivat, welches dafür aber auch eine sehr intensive psychedelische Wirkung entfaltet. Genauere Dosis. Oral. Erste Effekte ab 2-5mg. Leichte Wirkung 4-10mg. Normale Wirkung 9-15mg. Starke Wirkung alles über 15mg. Nasal ist alles wesentlich geringer, da sollte man ungefähr mit der Hälfte rechnen. Dauer. Oral. Wirkungseintritt nach 20-90min. Hochkommen 15-60min. Hauptwirkung 4-9stunden. Hauptwirkung 4-9stunden. Afterglow 2-4stunden. Nasal alles wieder deutlich geringer. Wirkungen von 2CE. Psychedelisch, Pseudo-Halluzination, psychedelisches Denken, Mindtrip. Dazu zählen Visionen bei geschlossenen wie auch bei offenen Augen. Also Closed Eye und Open Eye Visuals. Bodyload, verändertes Körpergefühl. Psychedelische Phenithilamine lösen oft einen sehr starken Bodyload aus. Erst recht beim Hochkommen und auch während dem Höhepunkt der Wirkung. 2CE ist hierfür ein gutes Beispiel. Der Bodyload ist oft sehr intensiv. Deutlich mehr als bei 2CB, 2CC etc. Jedoch weniger als bei 2CP. Kann sehr angenehm, aber auch unangenehm werden. Verändertes Hören. Verändertes, meist verlangsamtes Zeitgefühl. Starke Euphorie. Gefühl der Einigkeit und Empathie. Ist meist geringer ausgeprägt als bei 2CB. Jedoch dennoch deutlich spürbar. Stark abhängig von Set und Setting. Aphrodisierend. Entspannung. Energetisierung, Stimulation. Meist wird Stimulation hauptsächlich beim Hochkommen oder noch während des Peaks verspürt. 2CE wirkt recht stark stimulierend. Deutlich mehr als die meisten anderen 2C-Derivate. Die Intensität und Art der Stimulation wird manchmal mit der von MDMA verglichen. Verbesserung der Körperkontrolle in niedrigeren Dosierungen. Verlust der Körperkontrolle in höheren. In geringen Dosierungen wird 2CE deswegen experimentell als Nootropicum eingesetzt. Stichwort Microdosing. Nebenwirkungen und Risiken. Eventuell leicht erhöhter Blutdruck, erhöhte Herzfrequenz, Paranoia, Angstzustände, Bad Drift, angstvolle Ich-Auflösung, Pupillenerweiterung, Dysphorie, Trauer, ein Gefühl des Verlassenseins kann aufkommen. Veränderte Temperaturwahrnehmung, erhöhte Empfindlichkeit, unangenehmes Hochkommen. Es kommt zu Nervosität, Unruhe, einem Bodyload, manchmal zu Übelkeit und weitere Nebenwirkungen. Gänsehaut, psychosomatische Muskeln und Gelenkschmerzen, unangenehme Körpergefühle, Bodyload. 2CE wirkt sehr stark körperlich, mehr als beispielsweise 2CB, 2CC oder 2CD, jedoch geringer als 2CP wie bereits erwähnt. Übelkeit erbrechen, meist nur während des Hochkommens, wenn die Hauptwirkung einsetzt, verschwinden diese Symptome üblicherweise. Toleranzentwicklung. Die Toleranzentwicklung erfolgt bei 2CE sowie bei anderen Psychedelika auch extrem rapide nach der Einnahme und baut sich auch recht schnell wieder ab. Vermutlich ist sie nach wenigen Tagen oder gar Stunden wieder komplett abgebaut. Es gibt Userberichte, die von täglichem Konsum über einige Tage hinweg und von keiner Verschwächerung der Wirkung berichten. Kommen wir jetzt zum letzten Beispiel, 2CI. 2,5-Dymetoxy-4-Iod-Phenythylamin, abgekürzt 2CI, ist ein Psychedelikum, das aufgrund seiner Struktur zu den Stoffgruppen der Phenol-Ether, der Phenythylamine sowie zur Stoffgruppe der 2Cs zählt. 2CI ist wie die anderen 2C-Derivate ebenfalls ein Psychedelikum, das erstmals von Alexander Schulgin synthetisiert und in seinem beliebten Buch Pikal, A Chemical Love Story beschrieben wurde. Es gehört zu dem psychedelischen Phenythylamin der 2C-Familie, ist jedoch eines der weniger verbreiteten 2C-X-Derivate. Es wird eher selten konsumiert. Seine größte Verbreitung fand es vielleicht in den späten 1990ern, frühen 2000ern, als es noch legal war und in hauptsächlich holländischen Smart Shops als 2C-B-Ersatz verkauft wurde. 2C-B wurde in vielen Ländern Mitte der 1990er verboten. Zuvor wurde es ebenso in Offline-Smart Shops, also lokalen Geschäften, keine in Internetseiten, verkauft. Auch vom chemischen her ist 2C-B sehr nah mit 2CI verwandt, noch näher als es mit den anderen 2C-Substanzen verwandt ist. Vielleicht sind 2CI und 2C-B aus diesem Grund öfter miteinander verglichen. Angeblich soll die optische Komponente recht ähnlich sein. Wie 2C-B auch, wird 2CI manchmal ein recht anfängerfreundliches Psychedelikum genannt. 2CI wird üblicherweise entweder in Pillen oder in Reinform verkauft. Als Pulver liegt es in Hydrochlorid-HCL-Form vor. Die Wirkung wird unter anderem als stimulierend Entaktogen, Empathogen und Entheogen beschrieben. Diese wird unter anderem auf die Wirkungsweise des 2CI als potenter Agonist der Serotonin-Rezeptoren 5HT 2A bis 2C zurückgeführt. 2CI wirkt auch unter anderem als Serotonin-Noadrenalin-Wiederaufnahme-Hämmer. Schulgen gibt die oral wirksame Dosis im Bereich von 14 bis 24 Milligramm an. Die wirkt aber mit 6 bis 10 Stunden. Zuhnt in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund seiner Aufführung in der Anlage 1-BTMG ein nicht verkehrsfähiges Betäubungsmittel. Der Umgang ohne Erlaubnis ist grundsätzlich strafbar. Fun Fact! 25i M-Bome ist ein 2CI-Derivat. Genaue Redosierung Oral Microdosing 0,5 bis 3 Milligramm Erste Effekte ab 2 bis 5 Milligramm Leichte Wirkung 4 bis 10 Milligramm Normal 9 bis 20 Milligramm Starke Wirkung alles ab 18 Milligramm Nasal wieder deutlich geringer. Wirkdauer Oral Wirkungseintritt nach 15 bis 45 Minuten Hochkommen 45 bis 90 Minuten Hauptwirkung 5 bis 10 Stunden Davon Peak 3 bis 5 Stunden Runterkommt 2 bis 3 Stunden und Afterglow kann bis zu 24 Stunden dauern. Nasal wieder deutlich weniger. Genauere Wirkung von 2CI Psychedelisch Pseudo-Halluzinationen Psychedelisches Denken Mindtrip Dazu zählen Visionen bei geschlossenen wie auch bei offenen Augen. Der Mindtrip soll bei 2CI geringer als bei den meisten anderen Psychedeliker ausgeprägt sein. Sogar noch geringer als bei 2CB, welches selbst schon eher weniger stark gedankenverändernd wirkt. Dies empfinden jedoch bei Weitem nicht alle Konsumenten so. Auf einige wirkt 2CI analytischer als 2CB und die Gedanken werden durchaus stark verändert. Selbst bei mittleren Dosierungen soll der Mindtrip bei einigen Personen jedoch nicht so stark ausgeprägt sein. Bodyload Verändertes Körpergefühl Verändertes Hören Verändertes, meist verlangsamtes Zeitgefühl Starke Euphorie Gefühl der Einigkeit und Empathie Soll etwas weniger stark als bei 2CB ausgeprägt sein, viel weniger stark als bei MDMA. Dennoch kommt es, gerade wenn die Substanz mit anderen Menschen eingenommen wird, häufig zu einer empathogenen Wirkung. Aphrodisierend Entspannung Energetisierung Stimulation 2CI gilt als recht stark gestimulierendes Psychedelikum, welches deutlich energetisierender als Psilocin, LSD, 1P, LSD oder 2CB wirken soll. Die Stärke der Stimulation wird oft mit der von 2CE, seltener sogar mit der von MDMA verglichen. Verbesserung der Körperkontrolle, niedrige Dosierungen Verlust der Körperkontrolle in Höheren In geringen Dosierungen wird 2CE deswegen experimentell als Nootropikum eingesetzt. Nebenwirkungen und Risiken Es hat nahezu dieselben Nebenwirkungen wie 2CE, was jedoch ein bisschen anders ist, ist Unangenehme Körpergefühle, Bodyload Ist nämlich geringer ausgeprägt als bei 2CP und 2CE, jedoch stärker als 2CB, 2CC und 2CD. Übelkeit erbrechen Ebenfalls auch nur während des Hochkommens. Wenn die Hauptwirkung einsetzt, verschwinden diese Symptome üblicherweise. Tritt bei 2CI häufiger als bei einigen anderen 2CX-Derivaten wie 2CB, 2CC oder 2CB-Fly auf, vergleichbar etwa mit 2CE. Bei all diesen Substanzen ist die Ausbildung einer körperlichen Abhängigkeit nicht bekannt. Gefährliche Wechselwirkungen von 2CX-Derivaten generell 2C-E und andere psychedelische Phenothilamine, wie Mescalin oder 25X-Enbome, soll man nicht mit Mao-Hämmern kombinieren, da es zu unvorhersehbaren Wechselwirkungen und negativen Effekten kommen kann. Die allermeisten erfahrenen Psychonauten, die diese Kombination probierten, raten davon ab, wie es potenziell sogar körperlich gefährlich und kann im schlimmsten Fall gar zum Tode führen. Außerdem ist mit einer enormen Verstärkung der Wirkung und Verlängerung der Wirkdauer zu rechnen. Andere Psychedelika Der Mischkonsum von verschiedenen Psychedelika miteinander kann eine unvorhersehbar intensive Verstärkung der Wirkung, Wechselwirkungen auslösen. Dissoziativa, MXE, Ketamin etc. Paranoia und Verwirrtheitszustände sind häufig. Es kann auch zu körperlichen Problemen wie Bluthochdruck und Herzrasen kommen. Viele Konsumenten berichten außerdem davon, dass die Kombination aus Psychedelika und Dissoziativa oft einen düsteren, nur schwer zu kontrollierenden Trip verursacht. Alkohol Der Trip wird etwas abgestumpft, wenn Alkohol dazu getrunken wird. Der Mischkonsum ist nicht empfehlenswert. Es kann zur Übelkeit kommen. Kratom und andere Opioide Auch hier wird der psychedelische Trip abgestumpft und abgeschwächt. Benzodiazepine Benzodiazepine schwächen den Trip stark ab und können Angstzustände und Panikattacken während einer psychedelischen Reise unterdrücken. Benzos werden auch im Krankenhaus Konsumenten gegeben, die starke Panik haben. Oft wird der Trip nicht komplett beendet, sondern nur die Angst. Dies kommt auf das Benzodiazepine und auf die Dosierung an. Vorsicht! Benzodiazepine als Tripstopper zu haben, ist kein Freifahrtschein, auf die Safer-Use-Regeln verzichten zu können. Auch ein Horrortrip, der mit Benzos abgebrochen wurde, kann eine posttraumatische Belastungsstörung hinterlassen. Einige Konsumenten spekulieren sogar, dass ein mit Benzo abgebrochener Trip das häufiger tut als ein durchgestandener Bad Trip. APA Amphetamin, 2FA, Kokain etc. Der Mischkonsum von Stimulantien mit Psychedelika ist gar keine gute Idee. Da APA psychotisch und angststeigernd wirkend, ist die Horrortrip-Gefahr deutlich erhöht und auch die Gefahr, eine anhaltende Drogenpsychose zu entwickeln, steigt massiv. Auch körperlich kann diese Kombination sehr bedrohlich bis hin zu lebensgefährlich sein, da der Kreislauf und das Herz belastet wird. Empathogene, MDMA, Methylon etc. Das Mischen von Psychedelika mit Empathogenen, was meist stark serotonäre APA sind, erzeugt eine sehr heftige psychedelische Erfahrung, die von starker Empathie und Liebe begleitet, aber auch sehr belastend und intensiv sein kann, weshalb sie nur von erfahrenen Psychonauten eingenommen werden sollte. Alle diese Substanzen sind Research Chemicals. Mit Research Chemicals, auch RC oder Designer-Drogen, werden auf chemischen Weg produzierte psychoaktive Substanzen bezeichnet, deren molekulare Aufbau Ableitungen von vorhandenen, meist illegalen, Substanzen sind oder völlig neue chemische Strukturen darstellen, die bekannte Wirkungen anderer Drogen simulieren und häufig als legaler Ersatz für bekannte, verbotene Substanzen vermarktet werden. Man kann Research Chemicals, RCs, in RC-Shops per Bestellung im Internet kaufen. Oft werden sie unter Begriffen deklariert, wie Dünger für Kakteen oder als Badesalz, um handelsfähig zu sein und bestehende Gesetze zu umgehen. Häufig wird der Begriff Research Chemical mit halluzinogenen Substanzen in Verbindung gebracht, es kann sich aber auch um beliebige Wirkstoffgruppen handeln, wie beispielsweise Stimulantien, Empathogene, Antarktogene etc. Der eventuell legale Status impliziert bei vielen Interessenten eine trügerische Sicherheit. Fakt ist aber, dass diese Research Chemicals unkontrolliert in den Handel kommen und keine Garantie über Reinheit und Zusammensetzung vorliegt. Auch die wichtigen Informationen über die richtige Dosierung der Research Chemicals fehlen überwiegend. Die meisten dieser RCs sind kaum erforscht, über Wirkungen und Risiken sind nur wenige Fakten bekannt. Bei dem Konsum von Research Chemicals betritt man Neuland und sollte zwingend einige grundlegende Regeln beachten. Wenn es irgendwie möglich ist, die Substanz analysieren lassen, antesten, Allergietest machen, erst kleine Mengen konsumieren, Zeit vergehen lassen und die Wirkung abwarten. Beim Auswerten der Wirkung nicht nachdosieren, Mischkonsum verschiedener Substanzen vermeiden, Langzeitrisiken sind nicht erforscht. Um zu erkennen, ob es sich bei einer Substanz tatsächlich um die gewünschte Droge handelt, sollte man sie mit Drogentestkits überprüfen. Hierbei handelt es sich um eine Mischung verschiedener Chemikalien, die eine deutlich erkennbare Reaktion zeigen, wenn sie mit bestimmten Substanzen in Berührung kommen. Diese Drogentestkits kann man sich auf verschiedenen Seiten bestellen, darunter auf Azarios, Amazon oder Ebay. Doch Vorsicht, wenn man sich einen einzigen Test kauft, beispielsweise den Marquise Regent, kann dies noch längst keine verlässlichen Ergebnisse zur Intensität einer Substanz liefern. In den Zeiten von Research Chemicals, neuen psychoaktiven Substanzen, kann es sich um etliche verschiedene, teils sehr nah miteinander verwandte Drogen handeln, auf die viele Tests identisch reagieren, sodass man nicht sicher sein kann, ob man nun die eine oder andere Substanz vor sich hat. Um eine höhere Sicherheit zu haben, muss man, wenn man nicht die Möglichkeit hat, seine Drogen von einem professionellen Labor testen zu lassen, verschiedene Drogentests verwenden und die Ergebnisse dann genau analysieren. Auch dies bietet noch keine hundertprozentige Sicherheit. Es ist aber deutlich besser, als einfach auf die Angaben des Verkäufers zu vertrauen. Ja, das war heute mal ein bisschen länger. Ja gut, das ist halt ein sehr umfangreiches Thema. Vor allem, weil es sich ja nicht nur um eine einzige Droge handelt, sondern um eine ganze Derivatgruppe. Die Quellen sind natürlich diesmal auch ein bisschen mehr. Also ich habe ja bestimmt nur 20 Quellen sind das bestimmt. Die findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.